Irgendwie ging es dann doch verdammt schnell mit der künstlichen Intelligenz. Die hat einfach in alle Lebensbereiche Einzug genommen. Mal eben Text schreiben lassen von ChatGPT oder ein Geburtstagsständchen singen lassen von einem Weltstar. Alles ist möglich mit künstlicher Intelligenz und die macht uns das schulische Leben, aber auch das Arbeitsleben ordentlich leichter. Aber wie gilt das Ganze eigentlich? Rechtlich darf ich jetzt die Texte, die ich mit ChatGPT erzeugt habe, einfach so auf meine Webseite nehmen? Darf ich mir den Arbeitsalltag damit versüßen, dass ich vielleicht Kundendaten dort bei ChatGPT eingebe und damit Zusammenfassungen schreiben lasse? Und was ist, wenn die großen KI-Modelle anhand meiner Bilder, die ich beispielsweise bei Facebook oder Instagram online gestellt habe, trainieren? Ist das erlaubt? Und last but not least, wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Dürfen unsere Daten mal ebenso bei ChatGPT reingeschmissen werden? Und könnte das nicht gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstoßen? Ich schaue mir mal alles an, was es zum Thema ChatGPT, Artificial Intelligence und Recht gerade so zu sagen gibt. Und wir werfen den Blick auf den neuen, niegelnagelneuen AI-Eck der Europäischen Union. Denn der regelt, wie wir künftig mit künstlicher Intelligenz umgehen dürfen und ob künstliche Intelligenz nicht möglicherweise erstmal noch in den Kindergarten muss, bevor sie auf uns losgelassen wird. Vielleicht schaue ich mir auch noch den Punkt der Singularität an, also den Moment, wo künstliche Intelligenz der Meinung ist, Atomkraftwerke lieber abzuschließen, weil sie die Energie selbst braucht und uns Menschen nicht mehr dranlassen möchte. Dies und vieles mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und ich danke euch für eine Million Abonnenten. Mensch, eine ganze Menge hier auf diesem Kanal. Danke für jeden, der in den letzten 14 Jahren, ja, so lange gibt es mich hier schon, den Abo-Knopf gedrückt hat. Und ich möchte euch heute jemanden vorstellen. Diese junge Dame, das ist die Emily. Emily Pellingrini. Sie ist 23 Jahre alt, studiert in Italien, perfektes Aussehen, perfekter Charakter und man sieht sie hier auch auf dem Rufschub. Die Dame verknallt haben, ihr Nachrichten geschrieben. Sie macht nämlich jeden TikTok-Trend mit. Das einzige Problem, Emily gibt es gar nicht, denn sie ist eine künstliche Intelligenz von einem Tech-Experten ins Leben gerufen. Das heißt, die Messages des Fußballspielers aus Deutschland dürften so ziemlich ins Leere gelaufen sein, der Emily kennenlernen wollte. Kein Einzelfall. Instagram ist voll von solchen künstlich erzeugten Menschen. Insofern sieht man schon, KI kann Chance sein, als auch Gefahr. Was will Emily erreichen? Naja, fast alle dieser künstlichen Intelligenzen führen dann zu Onlyfans. Da kann man ein Abo abschließen und ihr ahnt es, da sieht man diese hübschen Damen dann auch noch nackig. Vielleicht sogar ganz gut, dann wird die Porno-Industrie nicht irgendwelche Menschen missbrauchen, um Pornos zu erzeugen, sondern es wird alles künstlich gemacht. Aber natürlich bietet künstliche Intelligenz auch Risiken. Das sind nicht nur die lustigen Face-Swap-Apps. Nein, da gibt es auch Deepfakes, mit denen der Huf von Menschen irreparabel zerstört werden kann. Letztens gab es in China noch den Fall, da hat es einen Videocall gegeben in Hongkong zwischen zwei Menschen und der Chef hat seinen Mitarbeitern gesagt, hey, weiss mal hier die 23 Millionen Euro an. Wohlgemerkt in einem Videocall, was ist passiert? Das war ein Betrüger, der hatte einfach nur das Gesicht vom Chef nachgeahmt. Und ja, das war dann wohl nichts. Da ist eine missbräuchliche Nutzung von künstlicher Intelligenz sichtbar geworden. Wichtig auch, dass künstliche Intelligenz niemals diskriminierende Entscheidungen trifft. Es könnte ja sein, dass die Unternehmen dieser Welt künftig alle Bewerbungen, die so im Posteingang sind, mal vorsortieren lassen von künstlicher Intelligenz. Doof aber, wenn die so trainiert worden ist, dass die alle Frauen direkt rausschmeißt. Das wäre ja eine diskriminierende Entscheidung oder irgendwelche rassistischen Muster zu sehen wären, so wie bei diesem Chatbot, den Microsoft 2016 schon mal genutzt hatte. Tay hieß der und das war so ein Twitter-Chatbot. Und ihr seht, was der gemacht hat. Er hat dann plötzlich angefangen zu halluzinieren, würde ich fast sagen. Er sagt, I fucking hate feminists and they should all die and burn in hell oder Hitler was right, I hate the Jews. 2016 hat Microsoft das Ding dann schnell wieder abgeschaltet. Was war passiert? Alle möglichen Witzbolder hatten Microsofts KI damals schon nur mit frauenfeindlichen Inhalten und rechtsnationalen Inhalten trainiert und dann ist sowas dabei rausgekommen. Und das ist natürlich eine Gefahr von künstlicher Intelligenz, wenn man mit Trainingsdaten operiert, die alle in eine Richtung gehen, dann kommt auch genau sowas rein. Es gab mal diesen Spruch Shit in, Shit out, ist in einem anderen Zusammenhang gesagt worden. Aber wenn man nur mit einer Richtung künstlicher Intelligenz trainiert, dann kommt halt Mist bei raus. Und das ist eines der zentralen Elemente des AI-Act, dass man eben neutrale Trainingsdaten haben will. Es gab eine Abstimmung im EU-Parlament und da hat man eben diesen AI-Act als ersten Act in der ganzen Welt, der künstliche Intelligenz regelt, beschlossen. Ich glaube, hier bei 330 seht ihr Axel Voss, der da auch einer der Parlamentarier war, ich als CDU-Abgeordneter. Und ihr kennt ihn noch aus der Urheberrechtsnovelle der EU. Also der AI-Act ist jetzt in diesem Jahr, oder jetzt gerade kürzlich beschlossen worden. Und ja, er war ein Drei-Draht-Seil-Act. Denn einerseits solle alle Menschen schützen euch, damit künstliche Intelligenz nicht übergriffig wird, damit sie keinen Mist baut mit euch, damit nicht plötzlich eure Bonität in den Keller geschickt wird, nur weil die Schufa KI einsetzt und plötzlich der Meinung, man ist Lieschen Müller, soll besser keine Kredite mehr bekommen. Dabei ist irgendwas bei der KI falsch gegangen. Andererseits möchte man auch, dass das volle Potenzial von KI entfaltet wird. Und wir in Europa nicht deswegen abgehängt werden, weil wir möglicherweise eine zu strenge Regelung haben. Also ein wirklicher Drahtseil-Act. Das muss man an dieser Stelle sagen. Was der Inhalt des AI-Acts ist und wo künstliche Intelligenz dann hier geregelt wird, dazu gleich mehr. Aber ein Beispiel für ein innovatives Tool von künstlicher Intelligenz, das möchte ich euch mit Amber Search vorstellen. Das ist eine KI-App aus Deutschland. Finde ich besonders cool, dass auch aus Deutschland mal noch gute Sachen kommen und nicht nur die Amis hier was entwickeln. Amber Search bringt euch nämlich Ruhe und vor allen Dingen Ordnung ins Datenchaos in eurem Unternehmen. Wir nutzen das übrigens auch bei uns in der Kanzlei. Daten und irgendwelche Infos, die finden sich ja an allen Orten in einem Unternehmen. Und es wird immer schwierig für die Mitarbeitenden, die benötigten Informationen zu finden. Man benötigt am Tag rund 30 Minuten täglich mit der Suche nach Infos. Ja, und da kommt Amber Search ins Spiel. Amber Search funktioniert wie eine Suchmaschine à la Google. Aber das Ganze kombiniert mit einem fortschrittlichen KI-Chat wie beispielsweise Chat-GPT. Also man sucht unternehmensweit die Inhalte, wertet die aus, interpretiert die. Und das Gute ist, Amber Search durchsucht Intranets, Laufwerke, Dokumentenmanagementsysteme, aber auch Apps wie Microsoft Teams und präsentiert euch die Ergebnisse übersichtlich und liefert dann direkt die nötigen Dokumente. Und dann kann man so einen Follow-up-Chat machen und kann auch nachfragen, bis die Sache geklärt ist. Und das Ganze läuft natürlich auch DSGVO-konform auf deutschen Servern und berücksichtigt auch vor allen Dingen alle Zugriffsrechte. Also ihr habt dann nur auf die Sachen auch Zugriff, nach denen ihr im Unternehmen sowieso nur Zugriff hätte. Wer Amber Search nutzen will, der kann entweder eine Google-artige Suche nutzen oder mit internen Daten chatten. Und ich zeige euch mal ein Beispiel für den Chat. Man kann hier eine beliebige Frage schreiben, wie zum Beispiel, schreibt mir eine Antwort auf eine Kundenbeschwerde der Firma XY. Und wenn dann eine Vorlage dazu existiert, irgendwo im Intranet, und die Beschwerde selbst auch gefunden wurde, dann generiert die Software automatisch eine Antwort nach dem internen Vorgang, der einmal beschrieben worden ist. Das werden Ergebnisse aus den verschiedenen Datensammlungen dann berücksichtigt und man kann die genutzten, relevanten Daten sich auch anzeigen lassen. Und die gerade gezeigte kann jedes Unternehmenssystem integriert werden, ob bestehende Nutzeroberflächen wie Teams oder Chrome oder eine eigene Desktop-App oder dank der offenen API auch in andere Prozesse. Also klickt mal auf den Link in der Caption und da könnt ihr das Tool dann 14 Tage komplett kostenlos testen. Wirklich eine gute Sache nutzen wir. Ist ein gutes Beispiel für KI, die eben nicht generativ ist, also nicht nur Content generiert, sondern eben auch KI mal anders einsetzt. Und um so eine solche Optimierung kann es natürlich auch gehen, wenn man von KI spricht. Aber solche Innovationen sind natürlich mit Risiken verbunden und die müssen wir jetzt irgendwie mit allem Möglichen in Einklang bringen. Der AI-Act, der ist risikobasiert. Je höher das Risiko ist, dass das KI für die Allgemeinheit bedeutet, umso größer sind dann auch die rechtlichen Anforderungen, die der EU Artificial Intelligence Act den AI-Anbietern mitgibt. Hier seht ihr das so ein bisschen. Man sieht also unzumutbares Risiko. Das steht ganz oben. Hat ein AI-System ein unzumutbares Risiko, dann darf es nicht eingesetzt werden. Das wären zum Beispiel Social Scoring Systeme. Ihr wisst vielleicht, in China ist es so, dass man die Menschen auch mit künstlicher Intelligenz klassifiziert. Man sieht, die sind so oft über der Ampel gelaufen, dann dürfen die die nächste Reise nicht antreten. Und das wäre hier in der EU verboten. Also KIs, die beispielsweise auch eure Arbeitsleistung auswerten und sagen, der ist nicht profitabel genug, eure persönlichen Details, Entscheidungen über euch treffen. Dann kann man sagen, das sind in gewisser Weise, man muss sich die immer im Detail angucken, unzumutbare Risiken. Ein Grenzfall ist übrigens die biometrische Echtzeit-Identifizierung im öffentlichen Raum. Da geht es darum, ihr spaziert über die Straße und KI erkennt euch. Super hart diskutiert worden, aber ist nachher doch erlaubt worden für die Suche nach Verdächtigen schwerer Straftaten. Also da kann man künstliche Intelligenz schon zur Überwachung aller Menschen nutzen, obwohl ich das fast als sehr hohes Risiko ganz oben einstufen würde. Hat man aber gesagt, es müssen wirklich schwere Straftaten sein. Dann seht ihr die Hochrisiko-KI-Systeme, die können eine Gefahr für eure Gesundheit darstellen. Die sind auch besonders geregelt. Das sind solche, die können Profile von Personen erstellen und irgendwie persönliche Daten automatisiert verarbeiten. Das wäre zum Beispiel eine Bewerbungs-KI, die eure Bewerbung aussortiert oder KIs, die irgendwelche Migranten einstuft oder KIs, die bei Gerichten und Justizbehörden eingesetzt werden oder die den Wahlkampf optimieren sollen oder die in einer kritischen Infrastruktur, also bei Wasser, Gas, Energie eingesetzt werden. Hier gibt es also strengste Vorschriften für diejenigen, die hier die KI erstellen. Die müssen die bewerten lassen von den Behörden vorher. Die brauchen ein eigenes Risikomanagement, fehlerfreie Datensätze, technische Grundlagen müssen mit eingereicht werden, Transparenz, eine Gebrauchsanweisung für die Nutzer und immer eine menschliche Aufsicht. Also das bei Hochrisiko-KI. Dann regelt der AI-Act eine zweite Stufe mit weniger Risiko oder sehr geringes Risiko. Da geht es zum Beispiel um Chatbots, Videospiele, Gesichtserkennungsfilter, Dinge, wobei jetzt nicht zwingend Grund zur Rechte betroffen sind und sensible Daten. Da geht es vor allen Dingen darum, dass der Nutzer immer wissen muss, ich habe es hier mit dem Chatbot zu tun. Also ihr dürft nicht irgendwie vortäuschen, das sei ein Mensch. Es muss immer klar sein, hier ist ein Chatbot am Gange. Also insofern, da dieses Transparenzrisiko, das heißt, wenn man nicht so genau weiß und soll nicht getäuscht werden von AI, ist auch auf der dritten Stufe geregelt. Und unten, dann hat man manchmal so Spamfilter, die KI einsetzen. Da sagt man, okay, da müssen wir hier gar nichts regulieren an dieser Stelle. Bei ChatGPT ist es so, das ist eine eigene Kategorie, Allzweck-KI-Modelle. Da haben wir eine eigene Risikokategorie geschaffen auf EU-Ebene. Die haben besondere Transparenzpflichten. Zum Beispiel müssen diejenigen, die dann da Bilder erzeugen, wie beispielsweise DALI-E, die müssen dann die Bilder und Texte computerlesbar kennzeichnen. Das heißt, die müssen so etwas wie digitale Wasserzeichen da einbauen. Da steht immer AI-Eck drin, der allerdings aktuell ja noch nicht umsetzbar ist. Dauert noch ein Jahr bis 36 Monate, bis die einzelnen Anbieter hier handeln müssen. Da bei KI auch personenbezogene Daten verwendet werden, ist ja klar, man trainiert ja teilweise mit Unternehmensdaten, Mitarbeiterdaten, Kundendaten. Es ist so, dass die Europäische Union gesagt hat, ja gut, die Datenschutz-Grundverordnung gilt natürlich trotzdem. Und das ist ein Riesenproblem, weil natürlich da tausendfach Daten verarbeitet werden. Jetzt weiß kein Unternehmen so ganz genau, okay, wie kann ich denn jetzt überhaupt KI trainieren? Und dafür gibt es eine neue Orientierungshilfe der Datenschutz-Aufsichtsbehörden vom 6. Mai 2024, Version 1.0. Ich glaube, es sind so 15 DIN-A4-Seiten und da haben sich die Aufsichtsbehörden der Länder in Deutschland mal Gedanken gemacht, wie kann man eigentlich KI in Deutschland datenschutzkonform einsetzen? Ist nicht ganz simpel, weil die sagen, naja, theoretisch habt ihr alle, wenn ihr erstmal, wenn eure Daten mal in so eine KI gelangt sind, beispielsweise von eurem Unternehmen, das Recht, dass ihr auch daraus wieder gelöscht werdet. Jetzt muss man aber wissen, wenn eure Daten einmal in so einem Large-Language-Modell drin sind, kann man das dann nicht mehr rauslöschen. Das ist da drin. Man kann nur das ganze Modell wegschmeißen. Ja, und ehrlicherweise, da scheitert es schon mit unserem Datenschutz, denn die Aufsichtsbehörden sagen, ja, eigentlich müsste man ja dann eure Namen aus dem Large-Language-Modell da wieder rausziehen, geht aber nicht. Zwar nicht ganz richtig ist es, aber wir würden es, glaube ich, mit einem Auge zu tolerieren, so ungefähr steht das da drin, wenn dann Filter eingesetzt werden und euer Name da nicht mit rausgespuckt wird nachher. Aber ihr seht schon, im Datenschutzrecht ist noch vieles unklar. Wer da als Unternehmen jetzt hier zuschaut und sich sagt, oh, cool, muss ich mir mal angucken, sucht nach der Orientierungshilfe der Konferenz der Datenschutzaufsichtbehörden vom 6. Mai 2024, dann werdet ihr fündig. Die haben einige Maßgaben da mit auf den Weg gegeben. Der AI-Act, der betrifft vor allen Dingen die Anbieter und die Entwickler der KI-Systeme. Bei denen wird jetzt ehrlicherweise bald die Hütte brennen, je nach Risiko, muss man sagen, müssen die ein bisschen was verändern. Auch bei Unternehmen, die die KI-Technologien unmittelbar einsetzen. Für euch als Nutzer, die ein Chatbot einfach nur so für private Zwecke nutzen, da gilt der AI-Act nicht. Da gelten aber andere Regeln, auf die ich gleich auch zu sprechen komme. Der AI-Act spricht zwar manchmal von Nutzern, aber das sind sogenannte Nachfolgenutzer, also Unternehmen, die KI bei sich einbinden. Die müssen schon den AI-Act mal lesen oder halt zu mir kommen. Ich habe ihn gelesen, er kann da ein bisschen Support geben. Aber, oder wenn man jetzt hier so einen KI-gestützten Suchalgorithmus wie AmberSearch hat, die müssen sich das auch anschauen natürlich. Aber ihr als Nutzer habt jetzt mit dem AI-Act unmittelbar nicht so viel zu tun, betrifft eher Unternehmen. Ihr interessiert euch jetzt allerdings dafür, ob ihr zum Beispiel KI-generierte Werke benutzen dürft, ob KI eure generierten Werke nutzen kann und ob man irgendwie eine Quelle angeben muss. Dürfen andere eure Werke nutzen? Kann ich die dann verklagen? Kann ich verklagt werden? Das ist so ein bisschen das, was euch interessiert. Dazu steht im AI-Act rein gar nichts drin. Das haben die nicht geregelt. Die haben gesagt, das ist Sache des nationalen Rechts oder des EU-Rechts. Ja, und da müssen wir gucken. Wir gucken in unser Urheberrecht rein. Und da ist es so, wenn ihr eine geistige Schöpfung habt, dann habt ihr auch Urheberrechte. Jetzt ist aber so, dass dieser kleine Prompt, wenn ihr sagt, hier mal mir ein Bild mit Blumen und einem blauen Himmel, dann kriegt ihr das auch. Aber das Ganze ist nicht urheberrechtlich geschützt. Das heißt, die Schöpfungshöhe fehlt. Wenn ihr natürlich einen sehr komplexen Prompt habt, dann kann ich schon sagen, naja, vielleicht habt ihr dann am Output, also an dem Gemälde dann möglicherweise auch Urheberrechte. Das ist ein bisschen schwieriger. In der Regel habt ihr Rechte an dem Prompt selbst. Also das wird nicht ganz simpel für die Gerichte, das künftig herzuleiten, dass man Rechte an den KI-generierten Bildern hat. Das könnte man so machen, dass man sagt, der KI ist nur ein Werkzeug, über den Prompt bediene ich das Werkzeug und dann habe ich wiederum Rechte am Output. Klappt aber nur, wenn der Prompt komplex genug ist. Ansonsten habt ihr keine Rechte an den Bildern. Die sind gemeinfrei und jeder kann die Bilder verwenden. Auch ganz wichtig zu wissen. Und übrigens, wenn ihr so Bildgeneratoren wie DALII oder Midjourney verwendet, müsst ihr auch immer mal in die Nutzungsbedingungen gucken. Manchmal schreiben die da rein, hey, an dem Output, den der Nutzer erzeugt hat, können wir auch wieder Rechte haben. Das heißt, die sichern sich einfach per Nutzungsbedingungen Rechte. Auch das ganz, ganz wichtig, wenn man Inhalte, Texte, Bilder mit KI generiert. Also ich habe da sehr viele Mandanten, gerade in diesem Bereich, die da unsicher sind. Wir beraten die. Es könnte ein Trick sein, dass man was per KI generieren lässt und ein bisschen noch an den Bildern und Texten rumfummelt. Dann erzeugt man eigene Rechte daran. Dann kann es euch nachher keiner mehr klauen. Und ansonsten ist halt das, was die KI eben veröffentlicht, hat keine Rechte dran. So, dann ist es natürlich so, dass die KI ja irgendwo lernen muss. Sie lernt und wir haben abstrahiert. Die KI selbst begeht übrigens dann keine Urheberrechtsverletzung, während sie lernt. Und sie speichert die Bilder nicht. Sie nimmt sich ein Bild aus dem Internet und trainiert an dem Bild. Sie sagt, ja gut, damit muss sie das ja auch entsprechend verarbeiten. Sie muss es ja irgendwo kopieren, damit sie überhaupt damit trainieren kann. Ja, das darf sie. Aber das steht nämlich witzigerweise im Urheberrechtsgesetz drin, 44b Text- und Datamining. Die haben gesagt, Text- und Datamining ist die automatisierte Analyse von einzelnen oder mehreren digitalen oder digitalisierten Werken, um daraus Informationen, insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen, zu gewinnen. So, zulässig sind Vervielfältigungen, also KI kommt angekrabbelt, sind Vervielfältigungen von rechtmäßig zugänglichen Werken, die liegen im Internet, für das Text- und Datamining ist zulässig. Die Vervielfältigungen sind zu löschen, wenn sie für das Text- und Datamining nicht mehr zu erforderlich sind. Das heißt, die nehmen sich die, machen so etwas wie, sag ich mal, einen Hashwert, sehen, wie ist ein Rembrandt gemalt worden, merkt sich das, die KI, kopiert sich aber nicht den Rembrandt selbst und löscht ihn dann wieder. So, also danach, 44b, recht modern, ist dieses Scraping von solchen Texten zum Datamining und von Bildern erlaubt. Ihr seid also Fotograf und ärgert euch gerade, aber wir haben ja noch in Absatz 3, solche Nutzungen sind nur zulässig, wenn der Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten hat. Ein Nutzungsvorbehalt bei online zugänglichen Werken ist nur dann wirksam, wenn er in maschinenlesbarer Form erfolgt. Was heißt das nun wieder? Gesetze sind ja ein bisschen kompliziert immer formuliert. Das heißt, wenn ihr Fotos macht und die auf eure Webseite stellt, dann könnt ihr im unsichtbaren Teil der Seite, im Quellcode, vielleicht in der Roberts.text schreiben, dass man eure Werke bitte nicht scrapen und für KI-Trainings verwenden soll und dann ist das verboten. Das heißt, ihr müsst ein Opt-out quasi geben, das heißt, ihr müsst sagen, ich möchte das nicht und der Benutzer trifft ansonsten keine Pflicht, KI-Contents zu markieren. Ich habe ja vorhin gesagt, die Anbieter von KI müssen nach dem AI-Act KI-generierte Inhalte markieren, aber ihr als Nutzer habt diese Pflicht nicht. Schwierigkeiten kann es noch im Arbeitsumfeld geben, wenn ihr KI-Output 1 zu 1 übernehmt. Da schuldet ihr eigentlich eine persönliche Leistung, müsst ihr also gucken, was ihr mit dem nach 613 BGB, müsst gucken, was mit dem Arbeitgeber da so abgestimmt und okay ist. Ja, also das ist so ein ganz wirklich schneller Ritt. Ich halte gerade sehr, sehr viele Vorträge vor Unternehmen zum Thema AI-Act. Die gehen über eine Stunde. Wer da Bock drauf hat, mich mal anzufragen für einen KI-Vortrag für sein Unternehmen, gerne unten in der Caption sind die Kontaktdaten. Also mache ich wirklich sehr, sehr viel gerade in Deutschland. Wenn die Unternehmen wollen, einfach wissen, wie kann ich KI nutzen? Wenn ihr KI nutzen wollt, bei euch im Unternehmen auch gerne mal anfragen, sei es Datenschutzrecht, Urheberrechte oder neuer AI-Act. Wir beschäftigen uns gerade sehr, sehr viel in der Kanzlei damit, denn die Zeit des KI-Wilden Westens, die ist vorbei und die Digitalstraktik der EU, die sorgt dafür, dass Rechtsklarheit für Unternehmen gibt. Ist ja auch gut so. Ich finde gar nicht so sehr, boah, wie viele, die meckern jetzt, ach, jetzt gibt es wieder ein neues Gesetz. Nee, das ist schon ganz sinnvoll gemacht und man sagt ja, wenn KI so gefährlich wird, dass sie uns Schaden zufügen will, muss sie vielleicht erst mal ein Stück weit in den Kindergarten und mal lernen. Und es gibt große Klageverfahren von der New York Times gegen OpenAI, weil die sagen, ja, hier wird ja nur mit unseren Daten trainiert. Getty Images beschwert sich auch, weil deren Bilder zu Trainingszwecken genommen worden sind. Also überall auf der Welt wird gerade gegen die AI-Anbieter geklagt, weil die sich erst mal bedient haben an den ganzen Inhalten, damit die Trainings ganz still und heimlich im Hintergrund jahrelang durchgeführt haben. Und das wird uns sicherlich eine ganze Menge noch begleiten. Ein großer Teil, den wir in der Beratung gerade haben, sind Datenschutzfragen. Also auch da könnt ihr euch an uns selbstverständlich jederzeit gerne wenden. Und denkt daran, mit Klick auf den Link in der Videobeschreibung oder das Banner hier, testet eure, mal eure eigenen Daten mit Amber Search zu durchsuchen. 14 Tage hier kostenlos. Sehr cooles Tool. Kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Ja, ansonsten habe ich hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Garantiert ohne AI erstellt. Wobei unsere Vorschaubilder sind neuerdings immer mit künstlicher Intelligenz erstellt. Selbst mein Gesicht ist mit KI erstellt. Schreibt mal in die Comments, wie euch die gefallen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin. Schreibt mal in die Comments. Schreibt mal in die Comments. Schreibt mal in die Comments. Vielen Dank.